Panjasana. Stehe aufrecht und gerade. Hebe die Unterarme hoch und verschränke die Unterarme so, dass die Hände in den gegenüberliegenden Ellbeugen sind. Dann lasse die Ellbogen nach unten gehen und hebe die Fersen hoch, sodass du auf den Zehenspitzen bist. In dem klassischen Hatha-Yoga-Text heißt es und jetzt meditiere. Dieses Panjasana, auch genannt Utitasana und Ghanasana.